Yo Leute was geht, jetzt kommt zurück zu meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ihr wisst was jetzt kommt, ich zeige euch heute einen neuen AFK Job, wo ihr richtig viel Cash verdient. Umso mehr Leute ihr seid, umso mehr verdient ihr. Dann werde ich ihn euch gleich mal zeigen. Und ich habe gerade noch ein bisschen Blackjack gespielt, hier bei High Limit. Seht ihr vielleicht oben rechts. Wenn ihr dazu ein Video wollt, oder ich bringe dazu ein Video raus, dann wird es auch kommen. Denn, Junge, ich war bei 2.6, ne, 2.6.5. Da war ich bei 2.8 schon. Jetzt bin ich wieder bei 2.6.5. Also ich bin reingegangen, so wie ich rausgegangen bin, Alter. Naja, was wir mal machen. Wir starten und ja, ich zeige euch den Job. Bis gleich. So Leute, ihr geht auf Optionen, dann auf Jobs, dann auf Jobs spielen. Dann geht ihr einfach auf markierte Jobs. Ihr müsst ihn euch runterladen. Dann geht ihr eben mal auf Überlebenskampf. Und dann geht ihr auf den hier einfach drauf. Ja, einfach auf den hier. Das ist so ein Mann, der einfach auf dem Boden liegt. Dann auswählen und dann Job starten. Dann geht ihr einfach rein. Und der Job wird vielleicht, wenn ich es schaffe, unten in der Videobeschreibung sein, wenn ich müsst ihr ihn selber bei Social Club finden. Müsst ihr einfach AFK Überlebenskampf eingeben. Ganz easy. Und dann werden euch schon welche vorgeschlagen. So, dann sehen wir uns gleich, wenn wir drin sind. So, wir sind drinnen. So, okay. Einschränkung bestätigen. Dann könnt ihr noch welche einladen. Umso mehr Leute ihr seid, umso mehr Geld, wie gesagt. Ja. Ihr müsst es auf jeden Fall durchspielen. Das lasst mich sehr. Dann geht ungefähr über Lebenskampf. Gibt 20 Runden. Oh ja. So, wir sind im Job drinnen. Ihr seht schon, hier vorm Eclipse Tower. Ganz gechillt. Hier auf einem Mauer, äh, ein Container. Können draufklettern. Und ihr seht schon, die sind hier alle drinnen. Die sind gefangen. Ja, ihr müsst gar nichts machen. Ihr könnt einfach rausgehen, essen gehen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Rechen runterholen. Mir egal. So, ich bild mir eigentlich jetzt oben waren mal Waffen. Hier auf dem Moment waren allgemein mal Waffen umgelangen. Ja, es geht los. Die Leute sterben schon. Welle 1 ist schon zur Hälfte vorbei. Das ist richtig schnell. Jetzt nehmen wir schon Welle 2. Ey, Leute, ich gönne euch. Und dann könnt ihr zusehen, wie ihr ganz einfach Geld verdient. Und ja, teilt den Job mit euren Freunden. Zockt ihr mit euren Freunden. Und lasst alle mein Abo und ein Like gerne mal da. Und ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und dann, ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute.